Frau Beuysai, ich möchte mich an sagen, ein herzliches Dank zu Shana und Iva für alle Sachen, was sie haben getan und für ihre Hilfe und wir kennen... Nein, heute wollten wir nicht hier sein und sehen, also ein herzliches Dank. Khoshova-Freund, Teirache-Verem, die, was haben sich gesammelt, da in Stanford und die alle Khoshova-Einwohner von Zunland, seid begrißt! Borech habe! Und das Jahr kann ich euch sagen, Borech ein Nimze! Bei uns ist da eine Masseure, zu reden lang und machen größere Haktummes. In dem Fall aber bin ich ein Stückle Epikäuris. Wähle ich ein Tachlis und sage bloß drei Sachen. Eins, es ist mir persönlich ein großer Machaie vorzustellen, Dr. Eddie Portneu von dem Jüdischen Wissenschaftlichen Institut. Ich habe ihn gekannt, wie macht 20 Jahre, sind ich bin gewähne bisgraduierter Student. Ich habe sich gelernt von ihm und wir haben euchet gearbeitet zusammen jahrenlang mit Teuves im Geweb. Jetzt sind wir beide Bibliotheken und Museen professionellen, nur er bleibt, erwarte, mein Lehrer. Zwei. Es ist eine wundere Sache, was und unser Covid, was Stanford heute Serie-referaten wegen Jüdisch und was mehr, als einer soll vorkommen auf Mama Lushen. In 2020 ist das geworden zum ersten Mal eine Zoom-Serie und jetzt, wird es zum ersten Mal eine Hybrid-Serie. Sie hat das beteiligt? Was können wir lernen von dem? Mit was ist man das? Mit 25 Jahren zurück hat man rausgegeben eine neue Internetseitschrift mit dem Namen der Bewebter Jid. Heute sind wir alle Bewebter Jiden, Hybrid Jiden, was wollen in Seidau, Seidorten. Wie es steht geschrieben in der Heiligen Makäuris, Jidisch in alle Länder. Wie es steht nicht geschrieben, aber Jidisch ist in alle Länder in einem selben Moment. Wollt das gewähn als? Sie wird die Geschichte endig sich da. Zulieb dem, was ich wollen in dem Sizilium toll, weil ich zugeben etwas. Beschenah habe ab dem Metaverse. Drei und letztens noch ein Wort wegen Dr. Portneu. Er ist ein wunderlicher Forscher, was hält in einem Schreiben schäferische Forscherarbeiten, was hält in einem Entdecken interessanter Figuren und wilde Meises wegen Jiden von einem ganzen Jahr. Meine Meinung nach euch hat, als Dr. Portneu macht jetzt in die Evo die interessantste Ausstellung auf der Jidische Gasse und öfter auf die allerweltliche Gasse und auf die Boulevarden und Chausseien. Zum Beispiel der Jidische Geschleckklub. Jiden in Himmelräumen. Jiden und Schreibmaschinen. Erstens kommen sehen die neue Ausstellung am Israel High wegen der Geschichte von Jiden und Marihuana. Mit der Woche zurück haben hunderte Menschen gepackt im Saal auf der Öffnung. Ich meine, dass es geht, dass jeder, was kennt, sofort in New York zu sehen die Ausstellung. Ich lasse mich endlich hier, Dr. Eddie Portneu. Es ist takk erfreit zu lernen, sich mit dir heint. Noch einmal, Borechaba. Ein großer Dank, Etan. Das ist sehr schön. Sehr gut geredet. Ich danke euch allen sehr. Ich danke euch auf dem Internet. Es ist mir eine größere Kurve zu erhalten, die High-Yours-Sumpf-Lekzies. Und ich danke dir alle Menschen, die stützen die Lektien und die alle, was kommen heint. Okay, heint will ich erzählen ein bisschen wegen Lalketheater bei Jiden. Historisch gehört, ist Lalketheater bei Jiden wirklich nicht gewöhnliche Sache. Und in allgemein hat die Theater angeheben spät bei Jiden wie bei anderen Völkern. Aber es ist sicher, dass Jiden haben gesehen, klein schick Lalketheater, die gewollt über den Trümmer Möishev. Und es ist auch möglich, dass Jiden haben ein Teil genommen in dem. Aber es ist nicht so voran kein Secher von dieser Sache bei Städten oder Dorfseiten von dem 19. Jahrhundert. Aber in der Moment kommt von dem Künstler Jossel Kotler, der hat gemalt, dass er so ein Bild, das er gedruckt hat in seinem Buch Muntergang. Und das ist es. Es ist klar, dass er so eine Adenkung hat herausgefunden, dass Kotler und euch auf seinen Künstlerischen Schütte so nicht mehr gemacht hat. Die zwei Menschen haben bei Schaffen sehr der volksreichen jüdischen Lärm geteilt in den 20er Jahren in New York. Aber etwas, das ich gerne reden wegen dieser Theater, will ich erst erzählen ein bisschen wegen Mauden Kotler allein. Künstler, Schreiber, Aktionen und Aktivisten, Mauden Kotler sind gewöhnliche von die schäferischsten Menschen in der jüdischen kulturellen Welt. Und ihr könnt sehen, wie er sehr, 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 sehr neu ist. Lass uns mal anheben mit so einem Maud. Maud ist geboren geworden in 1891 in Vashlakov, der Städteleben in Bialystok, gelernt in der jüdischen Kirche und wie ein Kind hat er lieb gehabt zu zeichnen und er ist bewusst geworden zwischen den Schäferen für Zeichnen Mischneis. Hat er euch gekochen Kläpp von den Melanzen für die Zeichnungen. Gefahren in New York in 1906, zum 15 Jahren, mit seinem älteren Bruder hat er gearbeitet wie ein Schick-Jüngel, wo er hat gekochen den Namen Zuni. Sein Emerson-Namen ist gewöhn Jitschok, aber wie ich sehe, keiner hat es ihm nicht gerufen. Und sein Name, wenn er gekommen zu den Vereinigten Staaten, ist gewohnt, Zuni. In der selben Zeit hat er genommen Nachtkursen in Kunst beim Anarchistischen Ferrar School und auch beim National Academy of Art. In diesen Jahren ist er gekommen in Kontakt mit den Poeten von der literarischen Gruppe Die Junge und hat beziert im Scharblatt von seiner ersten Ausgabe, Die Jugend. Und das ist es. Nachdem hat er gearbeitet wie ein Cartoonist im satirischen Journal Größenkundes und euch in Vorwärts. Mit den vielen Cartoons, die er hat gezähmt, hat er gemacht kritische Kommentare auf alle politischen, kulturellen und Unionen und ich habe euch gedacht, wie ein krummer Spiegel von dem jüdischen Leben auf der Lower East Side. Und ich habe etliche Beispiele für euch. Das ist ein Scharblatt von dem größten Kundes. Das ist unser äußerster von Hrein. Und das ist die allerwichtigste jüdische Schreiber und Kritiker, was wachsen wie Hrein. Und der größte Kundes ist der Rehbeisen, was wird sie reiben bis Blut. Und das ist in der Emerson der Fach von dem größten Kundes, zu machen Kritik auf der Kultur und auf die Politik. Sunimod hat euch gearbeitet im Vorwärts und eine von den Sachen, was er getan hat, so er hat gemacht im Rubrik das Stiefkind. Und das ist jeden Sonntag voll mit Witzen und komischen Meises und komischen Lieder und auch Cartoons, was Mauderlein hat gezähmt. Und das, wir können Pushtzen, wie er so ist, so ein Blatt ist. Das ist toll. Und einer von den Cartoons von Stiefkind ist das. Und er hat 15 Dollar, was soll erfriert haben mit sie in dem Itzdiqen-Yakres. Und er hat tot hegelchen von dem East Side und alle Menschen, was warten auf Geld von ihm. Und das ist das Leben auf den Loris Side. Und ich habe etliche andere Cartoons. Oh, Entschuldigung. Das ist auf die... Ich weiß nicht, wenn das gedruckt wurde. Das ist ein originell, was ist ein Jivos Archiv. Aber was ist sehr schön, da ist der Gemisch von Englisch und Jiddisch. Und es macht Häuser von Englisch auf der Jüdische Gass. Das ist Cleaning, Farbing, Pressing und Verrichting gemacht, weil Warting. Das ist noch ein Cartoon von einem Kundis. Der Kammel von der Koltenes. Und man sieht da die Welt mit Koltenes und der Kammel, was er da verrichten und es ist Weltproblemen. all die Planteen, was er da verrichten. Und es ist sehr schön. Also jedes Jahr hat dieser Cartoon mit der Welt und ein neues Jahr und was man da auf ton in dem Jahr. Also, die Cartoon hat euch bezeichnet irgendwelche jüdische Becher mit originellen und wunderlichen Illustrationen. Also wir haben gearbeitet mit neuen Formen von jüdischen Oisiers und befehlisch und künstlich interessant. Und eine von der Jahrbücher ist Aleph Mem Dylons Geläb Blätter und man sieht auch gezeichnet von so einem Mod und man sieht die Oisiers, was er hat geschaffen zusammen mit die Bilder und es ist gar künstlich, gar schön. noch ein Buch was er hat bezahlt ist das, das ist ich meine ich gedeckt nicht, wenn es das ist, ich will denken später, aber das ist ein Buch von Kindern meistens und das ist ein Bild was kommt mit meistens was heißt der Fisch in der Schuch und man hat ein Fisch mit den Schirern was führt der Schuch und das ist poschert originell und man sieht das in kein Ort mit von so einem Osarbet das ist euch von die Evo Archiven das ist ein Bild was ist gewinn mit einem Rehm Meises was Mod hat gedruckt in Morgen Freiheit das ist Charlie Nachman geht auf Tee und man sieht etwas surrealistisch da als der Mensch Charlie Nachman hat Samovar für den Fuss das ist nicht gewinn zu Chazak hat euch ein schönes Bild von Boruch Rifkin alles was mod hat gezeichnet ist gewend originell das ist nicht das eine gezeichnung in kein anderer Ort aber wie wir erzählen Kotler ist euch gewinn sehr originell und wir werden sehen ein bisschen später eine gut sein Kunst ist ein Schreiber und hat gedruckt meistens in dem größten Kundes in Freiheit und in vielen anderen Ausgaben wie in seiner Kunst ist er ein Modernist oder euch in seinem Schreiben aber besser gesagt ist er ein jüdischen Dadaist Er hat gespielt mit Wörtern im selben Eufen wie er gespielt mit Bildern und zum Beispiel ich lehne ein bisschen von der Meiste was heißt Philadelphia was gedruckt geworden im größten Kundes 1925 wie ich gesagt es heißt Philadelphia eine psychoanalytische Studie und es gibt noch so ganze Verrangen so hat er gehessen und er so genommen hat sich zu ihm sehr gut gepasst als er hat ihn umgeguckt hat er gleich gesehen als kein anderer Mensch hat nicht gekannt heissen ganze Verrangen und euch er hat nicht gekannt heissen anders wie nur ganze Verrangen aber keiner hat nicht gewusst von dem Nomen er allein hat nicht gewusst hat mir gerufen velvo fleckte er sich abrufen und hat ihm gar nicht geschah was er weiß nicht als er nahmen das ganze Verrangen aber sie sind ihm noch rausgekommen ein Teufel davon die meiste geht weiter weiter und es dacht sich es hat nicht kein Tolk es ist ein Wörter Spiel noch Wörter Spiel noch Wörter Spiel und es ist sehr modern das ist ein Beispiel von Modus geschrieben Arbeit jetzt noch mal gehen zu Josse Kotler Josse Kotler ist geboren in 1896 in Treuen in Woliner Gubernia ist er gegangen in Städten Reisens Lexikon von jüdischen Schreibers und das ist ein Zitat hat er nicht lieb gehad lernen es kann sein dass von die hunderter Schreiber in einem Lexikon Kotler ist der Einzige wo sagt so Sache wie ein Kind hat er bewiesen ein Talent verzeichen und die Eltern seien haben ihn geschickt zu der Schildmüller wo er gearbeitet wie Hilfs In Er ist gefunden in 19 11 und hat gelett mit der Vetter in Georgia und warum 1917 ist er gefahren in New York wo er hat gefunden an Arbeit wie Schildmüller In 1921 hat er seien er gefunden an Arbeit wie a Kellner in der Schreiber Moishe Naders Zummer Kolonie Dort hat er sich bekend mit Nadern und andere Schreiber Die Literarische Svive hat sehr gefällt Nadern hat ihn sehr lieb geh und unter seiner Führung hat er ungeheben Schreiben meistens oft mit kleinen chenevdicke Zechenungen Moshe Nadern hat gesehen in Kotler eine von die originellste und reue Talente auf Jidisch und hat gebeten bei Avram Reisen als er soll ihn in sein Journal Otten in 1929 wo er ist mit einer von die ersten jüdischen Science Fiction Meisters Kotler ist gewohnt bewusst für seine Originellkeit in Kunst und Euchen schreiben und ich will auch etliche Beispiele von seiner Arbeit euch das ist von Größen Kundes und das ist ein Mensch was heißt ein Vorwärts Mensch und da erzählen wie der verstellte Bettler und das ist zu lieb Vorwärts hat Kotler Kozmann gewollt kriegen Geld von Menschen und man sieht sein Hott ist in Vorwärts binnend und auf sein Stecken steht der Bintel Brief und er steht auf Kunstbeilage und die Sachen sind die Rubriken was hat gemacht Geld fahren vorwärts und das ist einer von der hunderten Karton was macht Heusik von vorwärts Kotler ist euch gewinn sehr antireligiais und das ist ein Karton mit Pesach wo alles Ding darf sein koscher Pesach und wie man sieht da ist ein Pedler was sitzt mit allen seiner Sachen was er verkauft und alt ist koscher Pesach man hat ein Jäusel was ist koscher Pesach man hat Bräut und Cake was ist koscher Pesach hat water bottle was ist koscher Pesach unten steht Schottens koscher Pesach viele hat jeden koscher Pesach und sie macht häusik von die Menschen was halten als alt Dien darf sein koscher Pesach und wie ich habe früher gesagt dass Moden Kotler nicht verbunden mit Schreibern sie sind besser verbunden mit Schreibern wie Künstler oder Theater Menschen und wie so die Mod hat gezeichnet sehr Sachbücher hat Josser Kotler euch gezeichnet Sachbücher und man sieht dort im Scharblatt von Meuschel Halperns die Goldene Pawe und ein Bild was geht zusammen mit dem und noch eine schöne Sache was er hat getan und früher wenn ich habe gewiesen das Bild von einem Fisch von Sonimod das ist gewinnt von dem Buch von Hermann Gold Meißerlach und Modenkotter haben gezeichnet die alle Bilder in dem Buch und sie sind sehr original sehr schön sehr sehr jüdisch aber auch sehr modern und modern in die 20-jährige Jahre aber Ferisch von Kotler das ist eine von 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 jurnal jurnal hammer das gewinnt kommunistische literarische jurnal und das Kotlers kunst ist sehr modern sehr mit mit industriell und gar interessanten schachers mit anderen Sachen was man sieht auf jüdischer gas das das von Kotlers Buch muntergang was ist er aus 1934 und das heißt Otto porträt und er hat sich allein gezeichnet und aber das steht auf ihm das ist was er hat gesehen und das ist sein Otto porträt und das ist auch ein Bild von sein Buch muntergang und das ist ein Bild was heißt der Gott von den Mikroben und das ist auch mein science fiction meiste was er hat sehr lieb gehalt schreiben an solchen meises und auf jüdisch sieht man nicht die Sache von sehen weil das ist eine interessante Erscheinung auf jüdisch und Kotler ist eine von den originalsten Typen und eine von den anderen Meises in seinem Buch muntergang heißt Affenstern Mars und das ist euch science fiction und ich will lernen ein bisschen von dem nur dass ihr sollt was hören was das ist und es hebt noch an so als ich flie sehr schnell habe ich gut gewusst weil wenn ich habe gewollt a kookton auf sich habe ich sich mehr nicht gesehen das das gewinn a simen als ich flieh gecher von mein oigen blick und an oigen blick habe ich duff k schnell ich bin verflogen auf so ort wo so hat sich gefunden a klein himmel a so groß wie a tot a niam oke habe ich das mit a finger unter gehoiben und er ein geblickt in wenig ich habe gesehen wie auf feierteppel mit zwei heiße keulen und schweben weiße malochem lach so wie abgekallechte fliegen und a teivele a schwarzes wie a floi mit herner warget sich auf ein beichel vor die fies lach von dem all mecht die hoit von himmel die hoit von himmel ist gewinn zart green bepintlich mit stern lach und a breusen lewonechel hat gesteckt in dem die groß von das schwarzeppel und die Ursachen seien was Mordenkottler hat gemacht allein aber zusammen haben sie tatsächlich gemacht euch gore interessante Sachen die zwei haben sich getroffen in dem Büro von dem größten kundis 19 23 wo beide haben gearbeitet wie Cartoonisten sie haben lieb gehalt einer dem zweiten und haben in gichen geöffnet in ateliers zusammen auf union square dort haben sie verkauft colorless Kunstsachen und gearbeitet auf colorless Kunstprojekten zusammen und wenn sie arbeiten auf etwas beschütter stick pflegen sie mit dem nomen modicot ein gemisch von zwei nomen modicot modicot und man kennt das ist ein bild das haben gemacht für unser theater spiel togen nacht und man sieht unten die beide haben gearbeitet auf dem und sie haben das gekost mit modicot noch was sie haben gearbeitet auf dem zusammen ist dem annonce was ist ein vorwärts von spiel die geschäft machen was ihr wird hören ein bisschen wegen dem in minuten rum aber ich will wahrscheinlich wir sind gewonnen sehr neunt in dem zweiten und sehr gar gut freind und sie haben glatt gearbeitet zusammen und sie arbeiten zusammen ist gewonnen in ihnen was man hat gekannt seien von außen und ich will lehnen ein Stück was dem schreiber Melech Ravish hat geschrieben wegen seinem Buch Mein Lexikon und das schreibt er wegen moden Kotler zusammen schreibt er Beemes ob es hot noch wer gehad dem minsten soffek in dem sie zivig wird bestimmt den himmel der soll sich ongucken dass Paul so moden Jossu Kotler er sah Künstler Paul der ganz sich so wunderbar und Beemes einzig auf der Welt ist moda niederracker ist Kotler hoch hat moda tiefen bass a schwarzen finsteren bass hat Kotler a hellen chutz bedikin scotts scotts isen tenor is mod ongazap mit fokstim lach jidishkeit is Kotler an ekspresjonist nor an eince in baizei kein der ganz indiker kontrast nito das das sehr gläub an die marionetten der der fiel der missje zohlen zah hoiv was die jidische künstler von allen minnen seinen schuldig geblieben das erste jidische marionetten theater now ravitsch der monto moden kotlers lelke theater a sachmol beschreibt es via marionetten theater afilo moden kotler flägt des ruf in marionetten theater korts ist es in der emessen gewinn a hand lelke theater heißt das die lelkes sind nicht gewinn auf strick sie gewinn mit der hand unter me le lo ma her na bissel wegen dem in 19 24 hot der regisseur von dem jiddischen kunst theater mori schwarz sei ongenomen zu schaffen dekorat ist for seine produktion von goldfadens kischew macherein und das ist was man sehr auf dem ekran jetzt schwarz hat gebeten als moden kotler soll machen lalkis vor der markt zene aber zum so hat schwarz nicht genutzten lalkis und moden kotler haben sie heim genommen sie haben geschaffen zwei jüdler von die lalkis und sie gebracht zu die literarischen kafé wo sie verbringen mit anderen schreibers dort haben sie gespielt stück mit zera chaverin was hat sehr lieb gehabt und da sieht man von die 20er jura moden kotler mit zwei jüdler was sie haben gemacht von lalkis von schwarzes theater die anderen schreibers haben vorgelegt dass sie sollen machen ein lalki theater und tack was das ist was sie haben getan der erste theater ist gewesen auf zweiter gass beim zweiter avenue sie gewinnen eine mollige sweatshop von kinderkleider in spät 1925 haben sie angeheben spielen dort zu größter volk und das ist technische problem mehles ist besser also das ist ein Programm von jahre jahre später von sehr laut gespielt acht mal eine woche haben sie gespielt sehr spiel so populär ist das gewinn sie haben gedruckt entschuldigungen in jüdischen zeitungen zu den menschen die nicht gekannt bekommen billetten weil die vorstellungen sind alle mal ausverkäuft und die harbe kritiker von der jüdischen presse haben sie auch sehr lieb geh hat alle haben erzählt wie jüdisch wie lebendig die moderne lalki seinen gewinn genägen die so gerufen hilzern akteoren im jüdischen theater moden kottler haben verstanden was eine neugrige sehr theater ist gewinn und haben organisiert andere akte red ist wegen theater und laut kunst von persönlichkeiten wie Moshe Nader Avram Reisen Dr. Alexander Mugdoini und Historiker Jan Kiewschatzki nicht nur dass die zwei haben gewollt zu machen Theater sie haben gewollt dass der ollen soll etwas lernen wegen der Geschichte von der Kunst und ich habe ätliche Bilder von die Spiele das ist ein Bild von dieser Spiel das hat geheißen ein schweres Spiel das ist ein Bild von ein Spiel das heißt Marionettenspiel geschrieben von Moshe Nader und das ist ein komisches Spiel das mit ätlichen Jahren zurück eine Gruppe in New York was heißt Great Small Works haben Ivo gemacht und sie haben das gespielt in New York und in etlichen anderen Älter das sind zwei tägliche Jeden was sie haben geboten wie Lalkis und man hat in den Ivo Archiven Fotografien von selkanen Lalkis und amol weiß man was das Spiel sei gehören und amol nett da ist ein Schmitt von das Spiel und man kennt Poshit sehen wie die Sache von die Lalkis sind wie Menschen wie ein Blick wie ein menschlicher Blick und sie sind gewonnen bei Mosh Munches in Lalkis Schaffen das ist ein Bild von sie haben gemacht eine Parodie von Dibbeck und sie hatten etliche Versionen und das ist gewonnen von 1927 und ich weiß auch ein schweres Spiel das ist der erste in Amazon und das Spiel ist gewonnen eine von die Einstige von sie ist gedruckt geworden in einem Jurnal ist eine traditionelle Erzählung von der Puram Meister und sehr interessant ist wie sie geniht die Form von mittel älter Spielen in dem haben sie geniht den Läufer und auch kompletten Grammen aber die ganze Sache geschieht auf den Lower East Side ist gar modern und sie machen Heusig von ätliche von sehr literarischen Schweren wie Jankiv Gladstein und sich allein mit die Linie stellt vor der Läufer dem zweiten Akt und ich lehnen was sehr Text in der Zeit von dem Antrag seinen Jorn viel verlaufen Passierungen passiert noch kein Nissim nicht getroffen nicht zum Ton und nicht zu machen nicht zum weinen nicht zum Lachen haben wir wie uns gefällt in Spiel ist nicht hereingestellt und ihr sollt wissen als die Fase Turtel Toib Eure Horn ist der Montepis fach ist Rämis zu Janke Gladsteins berühmten Lied Turtel Toib sie sind gewinnen sehr noch zum Junge und die Poeten und sie ständig haben gemacht häuslich von See Noch eine Sache in 1927 in Seher Theater auf den zweiten Tag der Landlord wie man auf amerikanisch Jiddisch hat sie nicht lieb gehabt und er hat probiert sie auszuwerfen von seinen Binnen und er hat getan dass die Binnen darf sein es ist nicht kein Theater und er hat sie genommen in Gericht und statt annehmen ein Advokat sind sie gekommen in Gericht mit Seher Lalkis und sie haben gespielt mit Seher Lalkis von Richter und der Richter hat gesagt in der Emerson ist Landlord gerecht als wir nicht haben kein offizielles Theater in dem Binnen aber hat der Richter gesagt wenn sie will Mamschich sein in dem Ort können sie machen ein privater Klub und anstatt Billetten können sie verkaufen Memberships und das ist was sie haben getan und das ist von den Evo Archiven und das ist eine von den alten Billetten in der Emerson ist eine Membership Karte und das ist eine kleine Sache was ist modern und komisch wegen wie sie haben gearbeitet noch eine interessante Sache wegen sie sie haben sich gehalten sie haben gehalten sehr arbeit wie komisch und viele sehr annonzen seine gewinnen komisch und das ist eine annonce für spielen was sie haben gemacht in London und wir kennen nicht so wie annonzen wegen Theater was haben Wörter wie jeden hat Rachmanis auf sich nicht ständig hat die gelegenheit zu haben ein bisschen Frieden in unser Leben das ist nicht normal aber es ist komisch und es ist schön zu lehnen sind solche Sachen und wie ihr seht das ist eine annonce die gedruckt wurde in London und in 1929 sind sie gefunden kein Europa wo sie haben gespielt in London Paris und Brüssel noch sind sie gefunden kein Poel wo in Warschau auf zwei Chadoschim haben sie gespielt über 200 Vorstellungen in dem jüdischen Literaten Verein die Kritiker von der warschau jüdischen Presse sind vergabt und fachidisch als zwei Amerikaner wie sie vielleicht gelaufen so immer den Jossel Kotler ja sind sehr amerikaner aber sie beide stammen von Miserach Europa aber sie sind sehr fachidisch als zwei Amerikaner haben gemacht etwas als jüdisch und wie sie sind gebunden mit Schreibers in die Verein der Christaaten sondern sie zugebunden zu Schreibers in Polen und da ist ein Bild von sie mit ätlichen Schreibers von einem Literatenverein in Warschau und Etzig Manger ist da so so hat geschrieben die alle nehmen auf dem und man sieht auch Itzig Manger Yossel Kotler ich Sunni Nebich Zussman Segalovic Joshua Perle Melech Rawic und von rechts ist alter Katsisne was hat genommen im Bild und er hat sich reingestellt nach dem und das ist ein Stück jüdischer Photoshop und euch interessant ist sehr annonzen und das ist von Wilna sie haben gespielt in Wilna auch in Ander Ertl in Polen in 1930 sie haben sich gezählt wie ein intellektueller Uftuch und wir sind da eine Annonce für Seher spielen und es ist für Studierende Jugend und arbeitende intellektuell und das ist Poshit eine Sache was man sieht nicht in einem 19-fach Theater Stück es ist ein neues Name also ein bisschen später in 1932 ist Modicode eingeladen gewohnt zu spielen im Ratenverband dort haben sie euch gespielt zum größten Erfolg die offizielle sowjetische Theater Organisatio hat gebeten dass die zwei Künstler so bleiben und werden ein Stück von der Organisatio und Tage haben sie geblieben aber nur auf sechs Kadoshim nachdem sind sie circa in New York und in Schachs mit dieser Arbeit von kommunistischen Freiheiten auch in Ratenverband das ist das ist ein Bild von von sie in Ratenverband und was man kennt sehen an gegen die vier dica bilder was ich habe gewiesen von die lalkes alle lalkes dort seien politisch also man kennt sehen links Mohandas Gandhi neben ihm ist Ramsey Macdonald das ist der Premierminister von England inmitten ist Leon Bloom der Premierminister von Frankreich neben ihm ist Poschett ein Business Mensch und auf rechts ist Herbert Hoover und ich sehe das nicht da ob der zweite Seite von seinem Kopf ist es eine verdorben Apple eine verfölte Apple und alles ist gewohnt bei sie sehr politisch und sie haben geschaffen sehr proletärische bestimmte Stieg und einer von sie ist gewohnt wegen des schlechten Boss in dem Sweatshop was will er raus war von die linke Arbeiter was machen vor ihm Zorris Mod hat gesungen in einer von der Lieder von dem Spiel in der 50er Jahre von Ruth Rubin und das ist auch eine Sache was was war an Niveau und ich will einfach spielen wie ich will mit Tiefen Bass was Melech Ravisch hat für Dermot Azgita Herr Dermot Dermot Mirin Schap 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 Dihar bez Muzleiten Hori Yop 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 Yichob Fung Nen Trouble Onan Neck Yichob Fein Die Sachen Streich Ba Mir Gormach M Yichob Dermot Bay M Yichob Yichob Fung Yichob Yichob Fung Yichob 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 Es ist sehr schön zu hören sein Kohl Als In Zümmer Zeit Jedes Jahr Haben Mordenkottler ständig gespielt Mordekot Bei Mordzümmerrei Zünnis Bruders Zümmer Kolonia In Die Berg Was ist gewann Zümmerort Populär mit Linke Kreisen Und mit Linke Intellektualen Dort haben Mordenkottler angeführt mit Lealke Theater und Stammtummerei Ze haben euch Ups Nicht fast ich euch gewollt, aber Ahina, okay Toste So eine Mord ist ständig komisch Auf viele wenn er ist nicht tot So Mordenkottler haben euch Gemollt Die Wände Von dem Essensoll Mit sehr Eigenartigen Bilder Und da sieht man ein Bild Von Mordenkottler Und da sieht man ein Bild Sitzende gefahren Eine von den Bildern Was Sie haben gezeichnet In Mordzümmerrei Auf die Auf die Wände Und das ist noch Das ist noch eine von Die Sachen Ein Mensch Was Kriegt Alles Was er darf haben Ja Sie ist ein bisschen Mordenkottler zu sehen Das Beschassen Essen Aber Sie ist gewinnert Von In 1933 Ver unbewusstliche Siebel Haben Mordenkottler sich zerschehen Etwas Erbräuchiges Hat man gesagt Aber man weiß nicht was Die zwei Haben gespielt Lealke Theater Allein Und mit anderen Menschen Aber sie haben keinmal nicht gehabt Demselben der Erfolg Was man heute gehatt zusammen Kotler Was hat gewollt machen A Film von Sein Nussach von Im Dibig Ist gehörget geworden Ein Euter zusammen Stoiss in Iowa Und im Mai 1935 Das ist gewinn Gar A größer Tragädie Und A größer Anwerfer Der jüdische Kultur A so populär Ist Kotler gewinn Als rum 15.000 Menschen Seine gekommen Auf sein Leweihe In New York Noch Kotlers Toit Das Mod Mamschech gewinnt Mit seinen Kunst Schreiben Und Lealke Theater Aber Keinmal nicht Demselben der Erfolg Was er hat gehatt Mit Kotler Und er ist zum Sof gestorben Von 1956 Was ihr seht da Die alle Bilder Und Entzeichnungen Und Ausschnitte Von Zeitungen Ist was bleibt Von der Arbeit Und in Iowa Und in Iowa Hat Zunimod Ein Archiv Mit 1000er Stückler Bilder Und Kunst Was er hat gemacht Er hat euch Lealke Von Jossel Kotler Und Noch interessant Ist Ihr Gedenktos Von Monheim Das Bild Was Jossel Kotler Hat gezeichnet Von Und Lealke Spiel In Miserach Europa Von seinen Städtlern Ist stetig Gedenktos Bei uns In Städtlafen Von Mark Und Ich hab das gesehen Das erste Mal 25 Jahre Und Ich hab Allemal Gewundert Was ist Gewohnt Mit dem Originell Und Im Allgemeinen Jossel Kotler Hat nicht Kein Archiv Niveau Er hat nicht Kein Archiv Nicht Und Die Siebe Hat Alle seine Sachen Und Und sie ist Verschwunden geworden Und Etliche von seiner Gräuven Haben Gehat Sachen Was er hat gemacht Oder Gezeichnet Aber In Jiveau Hat man Etliche Halbtut Bilder Was er hat gezeichnet Aber Mit zwei Jahren Sitz ich In meinem Büro Und ich kriege E-Mail Von einem Mensch Was ich kenne Und Er schreibt Er hat Gekäuft Ein Bild Auf Eine Auction Und Ist Gezeichnet Von Jossel Kotler Er hat Eingestellt Mit dem Namen Jossel Kotler In Google Und Mein Name Ist aufgekommen Wie Emetser Was hat geschrieben Auf ihm Er hat geschickt Ein E-Mail Und Zugeklebt Zum E-Mail Ist ein Bild Von einem Original Und Es ist Sehr schön Es ist Mein Herz hat geklappt Wenn ich das Erste Mal Und Der Mensch Was hat es gekäuft Ist gekommen In mein Büro Mit dem Bild Und Er hat gesagt Du hast So viel Liebe Du musst es haben Und Es hat es mir gegeben Es hängt jetzt In meinem Büro Und Es ist jetzt Der Stück von Ivos Archiv Und Ich bin sehr Zufrieden Zu sitzen Dort Und Jeden Tag Also Als Er sieht Man da Als Wir So Im Modenkotel Haben gemischt Traditionelle Jüdische Kultur Zusammen mit Kulturelle Und Politische Kritik Zu schaffen Eine neue moderne Jüdische Kultur Durch Humor Und Parodie Modikot Ist gewährend Eine von Die wichtigsten Aufstunden In den 20er Jahren Was haben Verbreitet Die Jüdische Kultur Und Ich weiß nicht Wir haben Zeit Aber Ich habe Wir kennen Zehn Finnef Minuten Von der Film Was Yossel Kotler Hat gemacht Wir haben schon gehört So eine Modskoll Also wir hören Ein bisschen Von Yossel Kotler Okay So Ich darf bedanken Den National Center For Jewish Film Weil sie haben Geben uns recht Zu weisen Okay 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 All right Das Loma Onheben Weinen Für Weinen Wir wissen Wir haben Weinen Was 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 Ich fuhren sie über ein Land, West, bis Alliwood, bis mei Westafscher, wer weiß. Paschen da, wenn sie gringes, in kein Essen munde seh dich, in so eine ständig grehe. Und schon stefrieren, wenn ich gesagt habe, wenn ich komme mir gehe. Hier bin ich der Schermann von der Marilette, und ich habe den großen Kurs mit den gewolldovnen Fallwinnigen, dass ich einfach verstellen kann, kein anderer, wie Sie mich nicht anebenen, entweder. Aber ich habe den Geist, ich bin der Schmerz, Baker. Und bin, wo ich mich nicht anebenen, bin ich Gott, bin ich nicht anerken, bin ich Gott und ich bin ich. Immer wieder im Graz, ich bin ich. Immer wieder im Graz, ich bin ich. Ganz, du hast mich nicht anerken, ich bin ich. Was? Oh, ihr Donner ist mehr! Ja, Donner nicht, Donner nicht. Er hat mir gebracht, aber Tunnerschabbel. Wo? Ah, das ist so du. Warum so? Das ist so du. Das ist eine wachstache, räuschende Brunsch. Oh, sei! Es ist mir! Es ist mir! Es ist mir! Oh! 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 Er hat es weite. Er hat es nicht. 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 Was ist das für ein Kanzel? Was ist das für ein Kanzel? Was? Ja. Oder? Das ist ja das kanzel. Das ist ja das kanzel. Weil dann was du mitstest an der Reine? Was ist das kanzel? Oh! Was ist das kanzel? Was ist das kanzel? Was ist das für ein Kanzel? Oh! 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 Und schriftet, Elf Tzimira Reis. Benachat Reisher, Elf Tzimira Preis. Benachingerich, Elf Tzimira Reis. Anfeeling de Shizmarvelet, Shizmarvelet, Shizmarvelet. Esherweiter, Wist. Gehazaini, Robbenzach, Fedefaliita. Doch, Schemzach, Nekervin, Twistin. Trenfei, Kstibodach, Trenschtoben, Irben, Dachar, Dordineh, Steyer. Okay, ich bin mir gesessen, also in Esther Park, bin gesingen, Alibene, die Liebe, die Liebe, die frott mir, ah, wenn die Stompe weg, ah, so ein Abonneder, du hast, ha, ha, und du sagst, dass er liebte mir, und also, diese Verliebten, Sie sind verliebte mir, alle meine Kleine,ιά, und nicht so ein Leben, Gott sei Dank, gut gut ok gut gut ja 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 Untertitelung aufgrund des ZDF für funk, 2017 Musik Ich danke euch sehr und ob ihr heute Fragen habt, könnt ihr fragen? Die Jacken haben gewählt, die Schlitz und die Farbe. Sie sind gemacht von einer Sache, die Plastik-Wood heißt. Und sie ist ein Play-Doh, was man macht und man bezieht nach dem. Also wie Play-Doh etwas? Ja, etwas. Ja, das ist so, ja. Welche Stimmen haben wir gehört? Das ist eben Josel Kotler Stimmen. Und was ich verstehe, ist ein Chavarte, was heißt Marion. Aber mehr wegnehmen weiß man nicht. Das, was sie heisst Marion, stammt von einem Lied, das er gedruckt hat in seinem Buch Montagant. Aber sie dachte sich, sie ist die, die es hat genommen, alle seine Kunstwerke und ist verschwunden geworden. Und zum Beispiel. Noch Fragen? Es gibt zwei Kommentare, die wir hatten. Judy hat gesagt, die Ich bin der Boss-Song. Ich bin der Boss bei mir in Schau. Ich bin der Boss bei mir in Schau. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Die Sache von den Liedern sind eine gewisse Parodie. Und das ist gewisse, weil der Euler schon gekannt hat, die Lieder. Und zu machen neue Wörter für sie ist gewisse, es macht es ein bisschen komischer. Und dann Michael also mentions Teddy Schwartz, who wrote the English words to Donna Donna, among many other accomplishments, he used to sing the same song that the puppets were singing. Oh, sehr fun. Die letzte gewinnt, ah, der Becher, Tyra Becher. Isaac Bliemann hat gesagt, dass das letzte Lied ist gewinn, eine parodie von Tyra Malke. Ich will jetzt nicht singen, weil ich bin ein Schlachter-Singer. Ja, aber es ist, das ist, Tyra Malke ist sehr erscheinlich, das ist gewinn, eine parodie von dem. Mischke kann singen. Ja, das ist es. Judy, Judy kann auch. Ich habe noch eine Frage. Sie sind ein gewinn, ausgeschulte Künstler, wo sind die Herr Späuers ab der Kunst? Und ich trage Döger die frierdicke, Maud mit seinen Karikaturen und Cartoons in der Zeit, in Kundes. Wo sehen wir uns also die Cartoons in der Zeitung in die englische Zeitung. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Sie sind auch sehr verschieden, ganz verschieden. Und wenn er vielleicht machen Cartoons, vielleicht nicht in so einem Stil, was er hat gesehen in den englischen Zeitungen. wenn er vielleicht beziehen an der Buch vielleicht er machen die vielleicht er zeichnen die Bilder wie also sie kommen zu neuven mit dem Text also man hat gekennzeichnet sehen in dem Buch von Alfman Dillon die Bilder was ist der Text sehr deprimierendig also die Bilder sind auch deprimierendig aber in Hermann Goldsmeißerlach wo die meisten seien schön und komisch und für Kinder man sieht andere Sachen wie ein Fisch in der Schuch und was ist mehr kindisch also jede Sache gehört zu seinem zu seinem eigenen Text Sie hoffen, Sie haben aber studiert haben oder Ja Ja ich sehr studiert in dem Ferrar es heißt Ferrar School und auch in der National Academy of Art und Kotler hat auch genoem ein Kurs in in irgendwelche Art Scholes oder Kunstscholes oder Kunstscholes Noch etwas? Ich komme noch noch etwas Ich komme noch wegen der Reisebesorgung gemacht im Hafenverband in die 20er Jahre ja 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 nein nein 30er Jahre 30er Jahre Ja Ja In welche Städte das jetzt Herr Unger vornehmen in die Städtlach oder in die größten Städte? Nicht in die Städte in die größten Städte in Moskwa in Petterburg in Minsk und ich meine Odessa aber nur in der größten Städte nicht in die Städte von was ich verstehe das ist was ist interessant ist alles was ist alles was man weiß wegen dem was ist ausgekommen in die sowjetische Zeitungen und die sowjetische Zeitungen sagen nicht alles und einmal weiß man nicht wo sie es angewandt und hat sie eingeladen? Ja ja man hat sie eingeladen ja noch etwas? Das ist doch eine Frage wie viele die die sind geblieben von wie viele die sind geblieben von Kotler von Kotler in wo sie sind ein Mensch wo sie gearbeitet hat in Kotler nach seinem Teuf ist Luke Bunnen und er hat gehört die Lage ist und er hat sie sie sollen gewinnen auf eine Neustellung in New York eigentlich mindestens spät 80er Jahre und er hat sie gekauft und begann zu die sind auch in Becher Zentralen man hat nur Cap in Becher Zentralen man hat etliche Cap wie Sunni Maud hat gemacht in Becher Zentralen mit den Lalkis und noch ein Mensch gewinnliche Freude das hat gespielt und gesungen einmal ist es euch gewinn nur Moden Kotler aber wenn sie haben alle Menschen ist es gewinn mit drei ich danke euch ok ich danke euch sehr es ist gewinn Erfahrung zu sein noch einmal bei Stanford und ich danke dir alle auf dem Internet und lassen wir machen noch Lauke spielen